Nein, Lava Gaga! Der was? Lava Gaga! Lava Gaga! Genau, wir geben Grillen auf, verstehst du? Jetzt gibt's was auf dem Grill und was, das sag ich dir. So, dreimal umdrehen, ja, super. Da wird geschmort, geröstet und betrofft mit Bier. Und was noch mal alles, ja? Wir nehmen Fleisch und Fisch und Reis und Speisequark. Und was am Schluss rauskommt, ich sag dir, das wird stark. Jetzt kommt was auf den Rost, den Rost, den Rost. Was Leckeres auf den Rost, Rost, was auch nicht viel kost, kost auf dem Rost. Wir grillen bei der Grillbody, es geht los auf dem Rost, auf dem Rost. Ja, super, jetzt umdrehen. Und grillen, das kann jeder, der den Grill heiß hat. Und ich verspreche euch, dass ich da keinen Scheiß brah. Grillen und chillen mit uns, denn das ist das, was Spaß macht. Legg was auf den Rost und ihr kriegt dafür Applaus. Make it grillen now. Make it grillen now. Lass und aga. Super. Jetzt wird was ganz was Tolles wieder gekocht, ja? Gegrillt. Ja, genau, gegrillt, das meine ich ja. Pass auf, Sherry, ja, Achtung. Jetzt geht's wieder los, die Grillbody. Darum werde ich jetzt die Shirts anziehen. Was wir grillen, ist lecker und zart wie mich. Alles, was wir brauchen, ist mein Grill. Mein Grill. Wenn ich ihn find, wird es heiß. Ah, da steht er doch, ja. Super, geht los, ja. Von meiner Stirn, da tropft der Schweiß. Wow, 800 Grad mittens, ja. Wahnsinn. Und ich hab Hunger wie noch nie. Ich weiß nur, weil die Pause so groß war, ja. Da steht mein Grill, ja, so schön wie nie. Es gibt sowieso nichts Schöneres auf der Welt, ja. Jetzt geht's wieder los, die Grillbody. Jawohl. Darum werde ich jetzt die Shirts anziehen. Wie, wie. Was wir grillen, ist lecker und zart wie nie. Alles, was wir brauchen, ist mein Grill. Mein Grill. Hallo, liebe Grillfreunde. Hier ist euer Johann Lafer, oder besser bekannt als Grill.i.am. Zusammen mit Chutney Spears. Super, lecker. Da darf jeder mal einducken, ja. Jetzt wird der Grill ausgeklappt. Genau, ja. Jetzt wird der Grill ausgeklappt. Aber sofort. Jetzt wird der Grill ausgeklappt. Super. Jetzt wird der Grill ausgeklappt. Ist der Grill ausgeklappt, ja. Und die Kohle nicht nass. Und die Kohle nicht nass. Und die Kohle nicht nass. Nimm die Kohle aus dem Sack. Ja, das macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Jeder Grill ist ausgeklappt. Geht auch mit Gas. Geht auch mit Gas. Geht auch mit Gas. Ich werde grillen, ganz laut. Und leg jetzt auf. Grillen, ganz laut. Wir legen auf. Denn wir sind froh. Wir grillen zu Hause am Balkon und anderswo. Ich werde grillen, ganz laut. Und leg jetzt auf. Ja, super. Grillen, ganz laut. Wir legen auf. Denn wir sind froh. Wir grillen. Und now, now, grilling with. Johann Lava. Fertig ist. Bis zum nächsten Morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bleiben.